FALL GUYS BABY! Das ist voll der Geile dabei. Da sind immer voll die coolen dabei, ey. Das sind diese so... Der neben mir auch noch kranker Typ. Alter, der neben mir auch so ein kranker Typ. Da hat einer Baseballanzug an, das will ich auch haben. Ah, ich bin... ich hab so einen aufs Maul bekommen, alter. So gegen die Wand gejumped. Wie im echten Leben so gegen die Tür gerannt, ey. Ey, mein jetziges Ding gefällt mir sehr gut. Chat, das gefällt mir sehr gut, wie ich jetzt aussehe. Ich bin ehrlich, alter. Äh, erstmal gleich mit dem Bild auf Tinder anmelden. Rein da. Durchgehen. Nein. Easy. Maschallah, bam. Ich will einfach jetzt im Finale sein und gewinnen, Leute. Ich will einfach nur wissen, wie es sich anfühlt, um Sieg zu holen. Einfach nur wissen. Machst du so eine Nassenschlägerei? Ich komm da nicht durch. Ja, ich bin fett. Rainer, easy, easy. Du bist es. Was bin ich? Der Weiße. Ja, mit der Eierschalen-Dings. Nee. Boah, ich hab dich gemeint am Anfang mit... Was für Eierschalen-Ding? Also, so mit goldenen Streifen. Ja, ja. Maschallah. Ich hab dich gemeint mit... Boah, sieht der geil aus. Erst mal Tinder-Profil jetzt eröffnen. Rainer. Lo vu, ich komme. Jetzt fühl ich mich so... Ey, ich fühl mich jetzt so sexy. Ich werd easy gewinnen. Ich fühl mich so sexy, ne? So muss ich wirklich Leonardo DiCaprio fühlen, wenn er aufwacht. Kranker Typ. Let's go. Drei, zwei, eins rein da. Easy. Easy win, Leute. Komm. Komm, 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 komm. Rainer. Und durchjumpen. Und schön mitgehen. Und wieder durchjumpen. Und wieder durchgehen. Sehr gut. Immer durchflutschen. Genau so kennt man ihn. Eine starke Leistung. Jetzt komm, Alter. So, Welle kommen. Warten. Hochgehen. 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 Dieser Slalom, Alter. Dieser Slalom. Ui. Oh, ich hab grad so eine Nummer mit einem geschoben. Sorry, Bro. No homo. Absolut auf ihn gelegen. Aber dieses andere. Komm durch da, Jungs. Mädels. Durchlassen. Leonardo DiCaprio hier. Bitte alle mal durchlassen. Hallo. Hallo. Leonardo DiCaprio muss ins Ziel. Na komm. Und rüber da. Nicht der Ball. Und rüber da. Und rüber da. Und rauf da. Starkes Play hier, Alter. Rein da. Easy wieder Top 10. Sehr gut. Leute, ich schwör, es schlupft. Es, 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 was soll ich sagen? Es. Ey, ich hab das Wort für das, was ich sagen wollte. Eier. Welches Team sind wir? Ich spür rot. Ich will rot sein. Oh, wieso gelb schon wieder? Bist du auch gelb? Du bist immer gelb. Bist du auch gelb? Mhm. Oh Mann. Ich halte immer die... Wieso halte ich denn die... Ich will ein Ei und wieso halte ich nur die Boys? Oh, ich hab ein goldenes Ei. Ich hab ein goldenes Ei. Das ist gut, oder? Nein, jemand hat sie mir weggenommen. Geben die mehr Punkte, die goldenen? Ja. Oh Gott, ich bin so dumm. Ja. Wie viel geben die? 78? Wir verlieren Vergleich. Ich bin zu blöd, um die Dinger zu nehmen. Ich bin so schlecht in dem Game. Ich bin so schlecht darin. Ey. Ich bin so schlecht darin. Müssen wir, müssen wir hier drin wieder aufpassen? 18 haben wir. Okay, warte. Wenn wir einfach keinen Ball verlieren, dann alles gut. Ich bleib hier hinten und pass auf. Ich lass hier einfach keinen raus. Ich lass hier einfach keinen raus. Einfach alle festhalten, Leute. Ich mach den Libero, Alter. Mit der Nummer 7. Maki! Ey. Nicht den Roten rauslassen, Jungs. Sehr stark, sehr stark. Einfach beschützen. Einfach nur beschützen. Gib mir die Kugel wieder zurück, Junge. Ich kann die nicht festhalten. Gib die Kugel zurück. Schnell wieder rein damit, Jungs. Sehr gut. Verlieren, verlieren, verlieren. Wir verlieren voll. Wie viel haben wir denn verloren gerade? Ey, wir brauchen neue Kugeln. Ich pass bei uns auf. Der eine werft die ganze Zeit alle raus. Dieser 31er. Der wirft alle raus. Der steht bei uns im Spawn und wirft alle raus. Ey. So ein kleiner. Aber Rot hat noch weniger. Oh mein Gott. Ey. Einfach. Ich geh zu Rot und werf die ganze Zeit raus, okay? Ich geh zu Rot und werf raus. Ich mach jetzt das Play. Pass auf. Ey. Wir müssen bei uns noch aufpassen. Boah, wie wirft man denn raus? Ich hab sie viel leichter vorgestellt, Leute. Ich mach gar kein Play. Egal was du machst, es klappt. Die haben noch acht. Ich hab einen rausgeworfen. Ne, der liegt immer noch am Rand. Jetzt hab ich einen rausgeworfen. Wie wirft man, Leute? Weiß jemand, wie man wirft? Okay, sehr gut. Stark. Kann man irgendwie werfen? Ich hab einfach irgendwas gedrückt. Es hat geklappt. Ey. Ich mein, ich hab geworfen die ganze Zeit. Wir sind gleich Finale, oder? Blockparty. Danach ist Finale. Okay, das kann ich gut. Das kann ich gut. Das wird ein Sieg. Das kann ich gut. Das ist ja. Das ist ja. Wie du, bloß der hat auch noch Boxhandschuhe. Ja, voll der Faker einfach, ne? Voll der Faker, ey. Ja, du siehst aber natürlich... Der soll kommen, Alter. Ich klepp den auch ohne Boxhandschuhe. Ich brauch sowas nicht. Komm. Komm, eins gegen eins, Bruder. Ich geh direkt auf den und halt den fest. Let's go. Pass auf. Schau. Und schon. Schon bin ich da, Digga. Komm, mach doch. Da ist noch einer mit. Zwei Stück fake mich. Oh, ich sollte lieber aufpassen. So, let's go. Versuch immer voll weit vorne zu bleiben. Weil hinten wirst du so voll eingedrückt und dann rip. Easy. Easy, wir klären das. Wir sind so stark dabei, Alter. Das wird der Win. Ey, jetzt gehen alle wieder auf mich nur, weil ich am Anfang einmal kurz festgehalten habe. Jungs, ich mach doch nur Spaß. Ihr seid alle schön. Komm. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Oh, nice, Alter. Ein paar hat sich richtig rausgehauen. Boah, da bin ich letztens runtergefallen. Ja, Mann. Ich wäre da fast auch drin geblieben, weil ich dachte, ich bin schlau und bleib da. So. Ja, halt mich doch nicht fest, Junge. Dieser Dino, ne, er denkt auch erst was Besonderes, nur weil er einen Dino-Kopf hat. Ich geb dir gleich Dino, Alter. Die sind ausgestorben, Digga. Aus dem Grund. Yet. Genauso. Stabile Leistung hier. Von Marki. Sehr gut. Und jup. Sehr gut. Genauso machen wir es. Da sind wir dabei. Da seh ich mich drin. Yet. Genau, da seh ich mich. Immer schön am Rand bleiben, Leute. Das ist die Taktik. Das ist die Meta. Das ist die Meta. Und rüber da. Genau, das ist die Meta. Und nochmal rüber da. Jo. Und wieder rüber da. Genau, das ist die Meta, Leute. Jetzt sind wir drin. Das ist die Meta. Bist du auch noch im Leben? Mhm. Sehr stark. Sehr stark. Ich glaub das sind jetzt langsam die letzten. Und rüber. Und jetzt kommt der letzte glaub ich. Ich glaub das ist der letzte. Das ist immer der letzte dieser kleine. Oh doch nicht. Ich nehm alles zurück. Ich nehm alles zurück. Nein, es kommen noch 16 Sekunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, die halten mich fest. Jungs macht nicht diesen 31er. Ich schwör Alter, ich lass euch auch in Ruhe. Auch dich Boxer. Ich bin zwar immer noch schöner als du, aber ist okay. Drei, zwei. Okay, wir haben's geschafft. Ehre. Besser. Okay, sind wir Finale? Ich glaub wir sind Finale. Das wird jetzt der erste Sieg. Verdammt nochmal Alter, wir müssen jetzt Teamplay machen. Ich muss jetzt den Sieg holen. Meist du jetzt wie man steht? Da können wir nicht helfen. Also wir können uns nicht gegenseitig helfen hier. Mhm. Wie? Kann... Also ich werd wie immer rechte Route gehen glaub ich. Oder geh ich links? Ich schau wo ich spawne. Du musst vielleicht an... Ich bin ganz vorne links. Ich geh linke Route. Vielleicht kannst du rechts irgendwie Leute blocken oder so. Keine Ahnung. Ich versuch einfach links zu gehen. Ich versuch einfach links zu gehen. Ey, wieso flieg ich um? So ein Dreck. Gar keinen Sinn. So, komm. Oha. Da kommt man nicht durch. Komm, geh durch, geh durch, geh durch. Sehr gut. Alle fliegen grad um wegen den Bällen. Komm, 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 komm. Weiter, weiter. Ey, da vorne der Typ einer. Ah, das wird so tricky das zu bekommen. Das wird so tricky das bekommen. Komm, ja sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle grad umgeflogen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt kein Ball, jetzt kein Ball, jetzt kein Ball. Wir sind gut dabei, wir sind sehr gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Nein, links, geh weg. Links, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Links, 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 geh weg, geh weg. Sprink, spring, spring, ja. Hab ich's? Hab ich's? Hab ich's? Ich hing an der Krone. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Der Sieg ist da. Ja. Der erste Sieg in Vorreis, Baby. Ja. Seh ich gut aus, Leonardo DiCaprio, meine Damen und Herren. Wir haben's geschafft. Der Sieg ist da. Wenn's sich gefällt, lass den Daumen da rum da. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Mein erster Sieg. Was fühlt sich so gut an? Spiel durchgespielt. Ja. Kann ich dir was sagen? Ich bin in der ersten Hunde ausgeschieden. Was? Du bist in der ersten Hunde ausgeschieden? Ja, ich hab aber so getan, als ob ich mitspiele. Ach, Null. Ich hab's dir zu Kraft gegeben. Los. Alter, Sieg ist da.